Als ich vor ziemlich genau drei Jahren hier Biberbande auf meinem Kanal gezeigt habe, guck mal wie zerfleddert das schon aussieht hier von vielen Spielen, wurde mir relativ schnell die Rückmeldung gegeben, ich möchte mir doch Cabo bitte anschauen. Das sei nämlich viel besser als Biberbande. Jetzt war das lange nicht erhältlich und deshalb habe ich es aber Sonntag bei dem verkaufsoffenen Sonntag hier in Bochum gesehen und mir mal mitgenommen. Heute geht es einmal um die Regeln und danach möchte ich aber gerne einen wichtigen Vergleich anstellen zwischen Biberbande und Cabo, denn beides spielt sich doch sehr ähnlich. Biberband ist aber viel älter. Ist Cabo also einfach nur ein Abklatsch oder eine billige Kopie? Wir werden es uns gleich anschauen, denn ich habe ein bisschen was dazu rausgefunden. Los geht's, ab an den Tisch! Brettspiel du! Cabo ist ein Kartenspiel, bei dem die Regeln wirklich übersichtlich sind. Jeder bekommt gleich vier Karten, die verdeckt vor euch liegen. Ihr wisst natürlich nicht was drunter ist und trotzdem solltet ihr die Runde damit beenden, möglichst wenig Punkte vor euch zu haben. Die Karten haben Wertigkeiten von 0 bis 13 Punkte. Also wenn ihr die Runde mit so unter fünf oder sechs Punkten beschließt, dann seid ihr schon wirklich gut. Meine Kinder schaffen es regelmäßig, ich leider nicht. So, für den Start bekommt jeder erstmal vier von diesen Karten. Ich mache mal hier so für zwei SpielerInnen. Dann wird noch eine offen abgelegt als Ablagestapel und der Rest kommt als Nachziehstapel daneben. Anschließend dürft ihr euch zwei von diesen Karten anschauen. Verdeckt am besten so, dass die anderen das nicht sehen. Ich habe hier eine 8 und eine 7 gezogen und ich habe gerade schon gesagt, die Karten gehen da so von 0 bis 13. Insofern ist es glaube ich keine gute Idee, diese Karten hier auf Dauer liegen zu lassen. Ich möchte gerne niedrigere Zahlen haben und die kriege ich natürlich nur, indem ich sie mir ziehe. Wenn ich am Spielzug bin, kann ich mir eine Karte vom Stapel ziehen und mir die anschauen. Wieder das Geheim und jetzt kann ich damit drei Dinge tun. Entweder kann ich sagen, diese Karte ist so gut, die möchte ich gerne gegen eine von meinen Karten tauschen, dann tausche die einfach aus. Die alte Karte kommt dort auf den Ablagestapel. Wenn ihr jetzt aber das Gefühl habt zu sagen, liebe Leute, das ist so eine schlechte Karte, die möchte ich lieber ablegen, dann lege ich die ab und dann ist auch der nächste dran. Oder als dritte Möglichkeit wäre es, wenn hier eine Fähigkeit draufsteht, könnt ihr die Karte für die Fähigkeit ausspielen und auch dann auf den Ablagestapel geben. Der Fähigkeiten gibt es insgesamt drei, nämlich einmal Peak, das heißt Schlinsen. Ich kann mir also eine von meinen Karten anschauen und sagen, ah, okay, das ist eine gute Karte, die möchte ich behalten oder nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall liegt sie jetzt hier. Ich weiß jedenfalls, was drunter steht. Die zweite Karte ist Spy. Mit Spy kann ich mir die Karte von einem Gegner anschauen und kann sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und die dritte Karte ist Swap. Swap heißt tauschen. Ich kann also blind eine Karte mit einer vom Gegner tauschen, ohne dass ich danach weiß, was die Karte vom Gegner aussagt. Das sind die drei Aktionskarten, die es im Spiel gibt und das sind auch schon die Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr keine Karte vom Stapel zieht. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt hier zwei, drei oder sogar vier gleiche Karten liegen, könnt ihr die entsprechenden Karten aufdecken und wenn es denn dann die gleichen Karten sind, ablegen und dann durch eine Karte vom Nachziehstapel oder die oberste Karte vom Ablagestapel ersetzen. Ich würde jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich glaube, das hier ist die gleiche Karte und es ist zweimal die vier. Deswegen lege ich die jetzt weg und jetzt kann ich die zum Beispiel ersetzen durch die oberste Karte vom Nachziehstapel oder durch die oberste Karte des Ablagestapels und da das auch eine vier ist, nehme ich mir die und lege die beiden Karten hier ab und ab sofort spiele ich mit drei Karten weiter, was natürlich meine Chance erhöht, am Schluss der Runde nachher die niedrigsten Punkte zu haben. Also, das sind schon die Möglichkeiten, die ihr in eurem Spielzug habt. Ihr habt entweder die Möglichkeit, eine Karte vom Nachziehstapel zu ziehen und die entweder auszutauschen gegen eine eigene, abzulegen oder für den Effekt auszuspielen. Ihr könnt euch auch die oberste Karte vom Ablagestapel nehmen und die bei euch einlegen oder ihr könnt gleiche Karten zwei, drei oder vier ablegen, um sie dann zu ersetzen durch die oberste Karte oder die oberste Karte des Ablagestapels. Solltet ihr euch getäuscht haben, weil ihr vielleicht hier in dem Fall eine sieben und eine vier aufdeckt, dann passiert einfach nichts, außer, dass ihr die wieder zurücklegt und eurer Spielzug ist dann mit dann rum. Aber die anderen wissen natürlich jetzt, was ihr dort liegen habt. Und so geht das Spiel reihum immer weiter, bis irgendjemand mal irgendwann das Gefühl hat, jetzt gerade am wenigsten Punkte am Tisch zu haben. Dann sagt er oder sie, Cabo. Ansonsten mache ich nichts. Ich setze meinen Spielzug aus und sage einfach nur Cabo. Dann sind die anderen alle noch jeweils einmal dran und dann ist die Runde vorbei und wir decken alle unsere Karten auf und vergleichen die Werte. In diesem Fall hätte ich jetzt gewonnen, weil ich 8 und 7 sind 15 und 4 sind 19 Punkte habe und mein Gegenspieler hier 17, 27, 37, 39 Punkte. Der Gewinner der Runde bekommt dann 0 Punkte aufgeschrieben, also wie viele Punkte ihr tatsächlich habt, ist dann in dem Fall irrelevant und der andere oder die andere dann eben die Punkte, die auf ihren Karten draufsteht. Sollte ich mich jetzt allerdings vertan haben und Cabo gesagt haben, obwohl ich gar nicht die wenigsten Punkte habe, dann bekomme ich natürlich neben meinen Punkten, die ich sowieso bekomme, leider noch fünf extra Strafpunkte aufgeschrieben. So, wenn nach dieser Runde dann jemand über 100 Punkte hat, ist das Spiel einfach vorbei. Dann gewinnt der oder diejenige mit den wenigsten Punkten insgesamt. Ansonsten schreiben wir uns die Punkte auf und machen mit der nächsten Runde weiter. Jetzt gibt es noch zwei Sonderfälle. Nämlich der Fall Nummer eins ist, dass jemand am Ende der Runde genau 100 Punkte hat. Dann bekommt er einfach seine Punkte um 50 reduziert auf 50 und kann dann wieder normal weiterspielen. Also wenn ihr kurz vor 100 seid, solltet ihr versuchen, eure Karten so hinzulegen oder so auszutauschen, dass ihr nachher genau auf 100 Punkte bekommt. So, die letzte Sache, die ist ein Kamikaze-Spielzug. Die passiert, wenn jemand am Ende der Runde beim Aufdecken zwei 12er und zwei 13er aufgedeckt hat. Das nennt sich Kamikaze und bedeutet, dass derjenige dann die Runde gewonnen hat, null Punkte bekommt und alle anderen bekommen jeweils 50 Punkte. Biberbande haben wir hier bei uns in der Familie zu dritt ganz oft rauf und runter gespielt. Das einzige, was man dafür wissen muss, ist sieben mehr als vier. Und das kriegt man relativ schnell hin. Das heißt, den Zahlenraum bis zehn muss man beherrschen, also bis neun sogar nur und mehr ist das nicht. Die drei Aktionskarten hier sind ja Doppelzug, sich eine Ankarte anschauen und eine Karte tauschen. Das entspricht so ein bisschen fast den Aktionen hier aus diesem Spiel, denn die Peak-Karte gibt es ja auch und die Swap-Karte gibt es auch. Aber dann gibt es eben statt des Doppelzugs gibt es dann noch den Spy, mit dem ich mir eine Karte von jemand anders anschauen kann. Ansonsten sind hier Karten bis Wert 13 drin, hier Karten bis Wertigkeit 9 und die Regeln sind ansonsten fast identisch. Bei Biberbande muss man sich die beiden äußersten Karten angucken. Hier kann man sich egal welche Karten angucken. Hier kann ich noch diese drei, zwei, drei oder vier gleichen Karten austauschen. Das kann ich hier nicht. Und Kamikaze kann ich hier machen. Das kann ich hier auch nicht. Aber ich glaube, darüber hinaus ist das Spiel zu Ende, wenn man, glaube ich, 40 Punkte hat und das hier bei 100. Aber die Wertigkeiten sind ja eben auch insgesamt etwas höher. Das sind die Unterschiede. Nun ist das jetzt einfach hemmungslos geklaut, weil es ist ja schon einfach sehr identisch und fast identisch und Biberbande ist, glaube ich, aus der Mitte der 90er und Carbo aus Anfang der 2000er. Nein, sagen die Designer natürlich ein bisschen, aber die weisen darauf hin, dass sowohl Carbo als auch Biberbande auf einem noch viel früheren Spiel basiert, namens Golf. Und nein, nicht das Spiel von dem ex-amerikanischen Präsidenten, sondern tatsächlich ein Kartenspiel, was wahrscheinlich viele Leute mit einem ganz normalen Skatblatt gespielt haben. Und das funktioniert offenbar so ähnlich, auch mit vier Karten und auch nachher, wer die höchsten hat. Nur eben ohne Sonderaktion. Und es ist ja durchaus möglich, dass man diese drei Sonderaktionen tauschen und sich angucken, andere Leute Karten angucken oder hier den Doppelzug separat voneinander nochmal entwickelt. Es kommt mir ein bisschen komisch vor, dass die, die das hier gemacht haben, das nicht kannten, weil das hier doch zumindest ein älteres Spiel ist, was durchaus mehr Bekanntheit noch hat. Aber man will ja auch nie päpstlicher sein als der Papst und offensichtlich, wenn es schon ein Spiel namens Golf gab, was so ähnlich funktioniert, dann ist ja das ja auch schon geklaut. Also insofern macht das nichts. Welches Spiel finde ich jetzt besser? Das ist nicht ganz einfach zu sagen, denn es gibt sowohl einen Pro als auch ein Contra bei beiden Spielern. Also erstmal, das Pro bei Biberwandel ist auf jeden Fall die süße kleine Grafik dieser Biber, die tatsächlich am Anfang, ja, je niedriger die Zahlen gehen, immer mehr die Ratten besiegen. Und je weiter es nach neun geht, desto mehr gewinnen die Ratten. Das heißt, selbst wenn ich die Zahlen nicht gut kenne, ich kann auf den ersten Blick schon erkennen, okay, wer gewinnt denn hier eigentlich gerade? Mehr die Biber, mehr die Ratten? Welche Karte ist mehr Punkte wert? Und man möchte natürlich die Karten haben, bei denen die Biber gewinnen. Die Aktionskarten sind ebenfalls gut grafisch dargestellt. Der Biber macht gerade so und tauscht gerade. Man könnte auch denken, er scratcht gerade. Die große Lupe sagt, man darf sich was angucken und diese beiden Biber demonstrieren Doppelzug. Auch das ist ehrlich gesagt kein Problem. Soviel zu Biberwande. Bei Cabo gefällt mir ausgesprochen gut die Möglichkeit, die strategischen Möglichkeiten, die man hier mehr hat als bei Biberwande. Nämlich das Austauschen von gleichen Zahlen. Dadurch lohnt es sich manchmal, sich eine schlimme, schlimme 10 zu nehmen. Wenn ich mir schon ein, zwei andere 10 bei mir liegen habe, werde ich die ja alle 3 los und verliere 30 Punkte auf einmal dafür, dass ich mir vielleicht dann eine 7 nehme oder sogar eine 4 nehme. Und das bietet einem wirklich viele Möglichkeiten. Jemand, der hohe Zahlen sammelt, kann bei dem Spiel auch gewinnen, wenn er die nachher alle wieder los wird. Funktioniert richtig, richtig gut. Dieses Kamikaze-Ding passiert zwar, glaube ich, nur einmal alle 50 Spiele, aber wenn es passiert, und wir hatten es schon einmal, dann ist das aber ein großes Hallo, weil dann nämlich nachher alle Gesichter so, haha, ich habe nur zwei Punkte. Okay, alles klar, ich habe zwei 12er und zwei 13er. Dann habe ich gewonnen und ihr alle verloren, ihr kriegt 50 Punkte, haha. Und das motiviert schon mal zwischendurch so echt kuriosen Aktionen, wo man dann plötzlich 12er und 13er sammelt und dann ist Spielerisch ist also tatsächlich Cabo aus meiner Sicht die bessere Alternative. Aber Biberbande ist für einige Leute sicherlich das bessere Spiel. Und zwar für alle Menschen, die nicht lesen können. Und das sind vor allem Kinder. Kleinere Kinder mit 5, 6 Jahren, die einfach noch nicht lesen können. Denn diese geschnörkelte Schrift hier, da ist es schon echt ein bisschen schwierig zu erkennen, was wollen die eigentlich gerade von mir? Bei dem Spion, bei dieser 9er Karte, die Spion ist, mit der Brille könnte man noch sagen, alles klar, das soll so eine Art Spion darstellen. Hier ist noch so eine Mütze und so eine Fliege. Auch das könnte vielleicht ein Spion sein. Dieses Peak auf dieser Karte oder das Peak auf dieser Karte hat allerdings überhaupt gar nichts mehr mit Schlinsen zu tun. Und das Swap auf dieser Karte und das Swap auf der Karte mit dem Mobs hat auch überhaupt gar nichts mehr mit Tauschen zu tun. Also man kann nicht anhand der Karten erkennen, was es ist, sondern man muss zwingend lesen können. Und das kann man eben hier nicht. Außerdem, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum. Das ist ja hier, kenne deine Karten auf Deutsch, aber mit englischen Titeln auf den Karten. Also da muss ich sagen, schade, lieber Verlag. Wer hat es denn auf Deutsch gemacht? Smilingmonster.de. Okay, lieber Verlag. Leider sehr schlecht, dass ihr einfach keine deutschen Titel drauf geschrieben habt, dann wäre es nämlich möglicherweise auch für deutsche Kinder spielbar gewesen. So muss man hier auch entweder Englisch können oder man muss quasi sich als Kind merken, okay, dass mit diesen drei Buchstaben hier mit dieser Schlange am Anfang, das kurze mit der Schlange heißt spionieren, das lange mit der Schlange am Anfang heißt dann irgendwie Karten tauschen, finde ich echt ungünstig gelöst. Zudem finde ich auch die Zahlen, also diese Schnörkelschrift gefällt mir auch nicht gut. Teilweise so schnörkelig geschrieben, dass man ein bisschen Schwierigkeiten hat, auf den ersten Blick zu erkennen, was soll das eigentlich sein. Es sind zwar die richtigen Anzahlen drauf, also hier bei vier Vögeln, dann vier Vögel. Okay, hier ist offenbar nur ein Mops drauf. Vielleicht sind ja hier sieben Fische noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und da ist der siebte. Genau, das könnte man sogar theoretisch noch nachzählen, aber ja, also dafür sind die Karten ehrlich gesagt nicht schön genug. Also das ist irgendwie so komische Muster, so Geschichten hier. Bei der zwölf hat es auch schon wieder überhaupt keinen Sinn und bei der dreizehn ist dann irgendwie diese Klebetube drauf, warum auch immer. Das Spiel hieß, glaube ich, im Original mal den Untertitel hier jagt das Einhorn, weil die Null eben das Einhorn ist, was offenbar ein Regenbogenkonst. Okay, schön. Demgegenüber hat man hier bei Biberwan die sehr klar verständliche Struktur der Karten, die gut geschriebenen, sehr deutlich lesbaren Zahlen, die guten Aktionskarten, die einfach schon auf den ersten Blick, da steht gar nicht drauf, was es ist, weil man schon weiß, was es ist wegen der Lupe und dem Tauschen und dem Doppelzug. Also da muss ich sagen, hat Biberwan echt die Nase wirklich vorn. Schade, dass man das hier bei Cabo nicht gemacht hat. Mittlerweile sind meine Kinder so alt, dass sie lesen können. Theo zwar noch nicht Englisch, aber der hat mittlerweile auch schon raus, was diese drei Karten bedeuten. Der ist jetzt sechs. Erste Klasse ist zur Hälfte um. Das heißt, bei dem funktioniert das jetzt schon, sind die Kinder jünger, funktioniert das hier. Also habt ihr kleine Kinder, Biberbande, habt ihr etwas größere Kinder, Cabo. So wäre quasi mein Urteil für heute. Lasst mich gerne wissen, was euch besser gefällt. Wenn ihr vielleicht eine andere Meinung habt, auch gerne unten drunter. Ansonsten freue ich mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.